Ja, das ist alles was geht. Mehr geht nicht. Aber wenn wir reden hier von 270 PS, dann ist da eigentlich eine Nummer, wo... Aber mehr geht nicht. Mehr geht, geht immer. Ja. Mit Software. Hast du den auch auf der Rolle gehabt, was der Anleistung hat? Der ist auch butterweich. Ich habe das Gefühl, dass der total weich ist. Ja, das ist schon Sport-Einstellung. Ja, okay. Achso, wir fahren jetzt auf. Er gibt auch gleich auf. Gut. Nein, und vor weniger. Wie laufe ich jetzt fahren? Ja, der ist schnell. Der ist schnell. Hast du schon gehört? Das war das erste Mal. Nein, Fehler. Okay. Und hier der Grazie auf dem Fahrer sitzt, ne? Das schrappt und schrappt. Und unsere hat nie großartig irgendwo aufgesetzt oder so. Auch jetzt mit dem Fahrwerk nicht, ne? Das ist eigentlich alles so weit in Ordnung. Das muss ich alles im dritten fahren. Das habe ich nur eine Leistung, ne? Okay. Das ist immer harte weißen Putten zu fahren. Wie gesagt, da versauert der mir. Also wirklich, dann komme ich in den roten Bereich und dann macht das ganz doll keinen Spaß mehr. Ja. Ich glaube, den Hakan hast du jetzt kuriert. Wir wollten auf jeden Fall heute nicht mehr fahren. Hast du erfolgreich geschafft? Ja, also entweder man hat da Bock drauf oder man lässt das sein, ne? Ja. Schell, siehst du mich? Hör bitte den Hausraum vor. Steh. Aber ich dachte eher hier mit deiner richtigen Komistike wäre schneller unterwegs. Oh, oh. Mach dich weg. Oh, das hört sich aber fein an. Was ist denn nur von Linie, du Wurst? Ja, das ist eine Komplotfahrt, ne? Ja. Habe ich mich doch von ihm verhagen lassen. Tja. Ja, klasse. Nein, ich mag, wie du fährst. Ich bin nämlich, wie gesagt, ganz, ganz... Ich hatte eine Zeit lang Panikattacken beim Autofahren und der Ring hat mich kuriert. Seitdem fahre ich Ring. Und deswegen bin ich eigentlich ein ganz, ganz furchtbarer Beifahrer. Aber aktiv, um es mal auszudrücken hier. Hast du schon eine Idee, was nach dem Golf kommt? Ne. Ne? Jetzt bremmst der auch noch. Also viel Adon hat der nicht, ne? Ne, ne. Alles auch nicht vorbei, ähm. Das ist eigentlich nett. Oh Mann. Klackerticht ist das oder melde ich mir das ein? Ne. Ach, das ist er mit deinem Ausruf. Das war gerade kurz von mir. Ja, jetzt mit der Stufe jetzt drin. Weiß im Deckard. Aber ist hier schon angenehmer zu fahren, ne? Von der Füllung der Strecke her. Ja, mit der Leibsinnstufe wäre es jetzt kein Thema. Ach, kannst du dich jetzt noch um sechs Minuten später holen, oder? Nö. Du bleibst im Fünft. Ja. Jetzt ist ja bin ich schon schneller, weil bei mir ist fünf Ende. Ja. Ja, endlich. Oh, bringe ich den Taxi auf, ne? Wo ist es denn? Da war ich jetzt zu schnell. Ja. Ich wollte zu früh aufs Gas. Ich hatte erzählt, dass das Ring-Taxi Jagdverbot hat, so Renault Jagdverbot vorzusetzen. Oh. Hattest du noch nicht das gesehen? Nee. Der Mark hat das Ring-Taxi überholt und das Ring-Taxi wollte hinterher und hat sich weggeschmissen. Ja. Ja. Wenn ich jetzt hier noch am 4. gewesen wäre, hätte ich Kurve raus keine Leistung gehabt. Ihr seht mich doch, ihr seht mich doch. Ja. Wäre, glaube ich, nicht so. Ja, Gott sei Dank. Oh, gelb. Gelb, gelb. Das Brötchen hat wieder eingeschafft. Oh, mit dem Opäde. Das hier, was denn? Oh, guckt aber nicht. Okay. Und so schlimm ist jetzt auch nicht hier, ne? Jetzt wird nichts passiert, wie besucht ich. Hier soll man sehr spät einlenken, aber das kriege ich nicht auf die Reihe. So wäre ich. Ich fluch ja jedes Mal, wie ich hier herfahre. Weil ich hab auch mal ja... Oh, wie hast du denn noch einfach so viel Betrieb, dass du gar nicht hier davor gucken kannst? Das kannst du ja super machen, wenn es zum Beispiel Regen ist. Da hast du ja nicht so viel Stress. Was ist denn noch gelb hier? Was ist denn noch gelb hier? Was ist denn noch gelb hier? Oder? Aber du fährst sowieso mehr unter der Woche und da ist eigentlich nie so viel mit zu und auf und hast es nicht gesehen, oder? Ja. Ja, guckst du denn, ne? Ja, vor allem, ich bremse nicht. Ich kann auch nur in die Woche noch fahren. Ja. Oh, da ist aber auch einer neben seinem Moped fahrt man auch immer. Und sind wir sitzen. Das überwöge ich jetzt, seit der neue Belag drauf ist. Ja, eh, ich kenn's nur mit dem Belag. Kann das sein? Oder kenn ich das mit dem anderen? Nee, ich kann das nur mit diesem Fall fahren. Ja, das ist aber scheiße. Ach. Ja, okay. Ja, okay. 157. 157. 177. Das ist geil. Das ist geil.